Ja, es kam eine ganz gute Frage von euch rein, die geht auch sehr tief irgendwie, was unsere Emotionen betrifft. Jemand fragt uns, wie kann ich denn das Gefühl der Ablehnung überwinden? Und vielleicht einfach mal als ganz kurze Antwort, wir glauben durch gesteigertes Bewusstsein, deine Annahme bei Gott. Da gehen wir jetzt im Folgenden noch ein bisschen näher drauf ein, weil das wird dir wirklich helfen. Genau, Thema Gottesfurcht versus Menschenfurcht. Gegenübergestellt, wenn du, Jesaja sagt das so, in Jesaja 8 sagt er, fürchtet nicht ihre Furcht, die Furcht der Menschen, was die so fürchten. Und erschreckt euch nicht davor. Ihr sollt den Herrn, den Jehova, für uns ist das Jesus Christus, den sollt ihr heiligen. Und der sei eure Furcht, sei euer Schrecken. Ein bisschen komisch, klingt ein bisschen komisch. Unten drunter kannst du sehen, da ist ein Kurs, wo wir darüber sprechen, was es genau bedeutet. Gottesfurcht und so weiter ist vielleicht für dich ein Treppwort. Aber wenn du Gott fürchtest, dann wirst du dich nicht mehr vor Menschen fürchten. Wenn Menschenfurcht, sagt auch zum Beispiel Sprüche 29, das legt einen Fallstreck. Das bedeutet, Menschenfurcht, die ist wie eine Falle für dich. Wenn du Menschen fürchtest, wenn du Angst hast vor Menschen, wenn du in die Schule gehst zum Beispiel, und da ist jemand, der macht dich fertig, Mobbing und so weiter, und du ordnest dich denen unter und du versuchst irgendwie das zu machen, was die wollen, das führt dahin, die Bibel sagt, eine Fallstreck. Das bedeutet, du wirst was Falsches machen in deinem Leben, was dich nicht voranbringt. Und gegenüber dem wird gestellt die Gottesfurcht oder das Vertrauen, was man Gott gegenüberbringt. Wer auf Gott vertraut, der wird in Sicherheit wohnen. Also du kannst Menschen fürchten, du kannst versuchen, immerartig anzupassen den Menschen, oder du kannst auf Gott vertrauen und dann bist du irgendwie in Sicherheit. Ein praktisches Beispiel mal aus der Geschichte war zum Beispiel Luther. Luther hat was gesehen und hat sich gedacht, so ist es doch richtig, was die Bibel sagt. Alle haben gesagt, nee, hör auf, hör auf, hör auf, das sehen wir alles anders, und haben den versucht fertig zu machen. Und wenn der Luther Angst gehabt hätte vor denen, dann hätte es keine Reformation gegeben. Dann wären wir jetzt immer noch in der Denkweise im Mittelalter. Oder zum Beispiel Pilatus, das hast du vielleicht mal gehört in der Bibel, der Jesus Christus gekreuzigt hat. Wollte der den umbringen? Nö. Aber er hat es gemacht, weil er Angst hatte vor den anderen. Und so kannst du halt auch schlechte Entscheidungen treffen, nur weil du Angst hast, dass du nicht akzeptierst wirst von Menschen. Dabei sollte dein Blick wirklich auf Gott sein. Total. Und was ich auch wunderbar finde, sehr aktuell in einer Gesellschaft, wo man sich oft auch anpasst, immer so die Anerkennung sucht von den anderen, sehr stark diese Menschenfurcht auch in diesem Sinn hat. Ich glaube, wenn wir das vielmehr kennenlernen, Intimität mit Gott, vielleicht auch mal den Verweis auf den Furchtes-Herren-Kurs, nochmal, weil da wird die Erkenntnis, dann hat er schön diesen Ausdruck gebracht, diese Intimität mit Gott. Darum geht es. Wenn wir das haben, das macht uns sehr frei von diesem typischen Gruppendruck. Und dieser Gruppendruck, der bewegt ja sehr viel. Oder bremst auch sehr viel in Gruppen, zum Beispiel von Jugendlichen und so. Dass du irgendwie denkst, sollte ich machen, aber nee, was denken die anderen? Und ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht Daniel, auch seine Freunde, aber sonst auch der Daniel in Daniel 1, wenn man sich das vorstellt, die waren in dieser Babylonischen Universität, saßen die ja, und da war auch, da herrschte auch ein ziemlich krasser Zeitgeist. Da herrschte auch ein Gruppendruck. Die wussten alle, wer von uns wird es denn schaffen? Wer sind denn die Besten, die hinterher dann irgendwie da vor den König kommen? Ja, da war ja, also Druck auf jeden Fall sehr hoch. Und der Daniel hat dann einfach diese, man merkt in dem ganzen Buch, Daniel hatte eine sehr große Intimität mit Gott. Der war wirklich sehr nah an ihm dran und hat in seinem Herzen vorgesetzt, ich werde mich nicht verunreinigen, und hat damit was gemacht mit seinen Freunden, was alle anderen anders gemacht haben. Und ich finde durch das Buch Daniel durch, da atmet auch dieser Geruch der Freiheit irgendwie. Wenn wir nicht angewiesen sind auf die Annahme von den Menschen, wenn es uns nicht darum geht, sondern auf die Annahme bei Gott uns konzentrieren, dann können wir übrigens auch, sind wir sehr frei, und dann können wir auch Menschen viel besser helfen und entgegenkommen. Sehen wir nämlich auch bei Daniel, wie der dann zum Segen war auch von diesem Reich. Also, großer Vorzug. Ja, also, vielleicht war das ein ganz kurzer Input für dich, und jetzt noch am Ende eine Ermutigung. Einfach was, worüber du nachdenken kannst, was mir mal sehr geholfen hat. Das ist, wenn du vor Gottes Thron sein wirst, wir sterben alle, das wissen wir, und irgendwann werden wir vor Gott stehen, dann wirst du dort alleine stehen. Da wird keiner von deinen Freunden dabei sein. Du wirst dort alleine stehen. Und was soll das für eine Konsequenz haben für uns? Stell dir vor, dass du jetzt dein Leben lebst wie ein Theaterstück, was du spielst. Und Gott allein sitzt im Publikum.